Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Kawaii Stories zum iPad Air 2 Lounge. In dieser Folge zeige ich euch, welche Taschen wir dieses Jahr auf den Markt bringen und wann sie weltweit verfügbar sein werden. Viel Spaß! Das neue iPad Air 2 ist noch mal deutlich dünner geworden. Für uns heißt das, unsere alten Taschen passen nicht mehr. Um jetzt sicherzustellen, dass die neuen Taschen zu 100% passen und vor allem auch die Wake Up Funktion zuverlässig funktioniert, haben wir in den letzten Tagen das neue iPad Air 2 zusammen mit unseren Taschen ausgiebig getestet. Auch dieses Jahr werden wir unsere etablierten Modelle Berlin, Hamburg und London auf den Markt bringen. So, nun zur entscheidenden Frage im Video. Wann und wo sind unsere Taschen verfügbar? Die Berlin und die London sind bereits heute weltweit vorbestellbar. Die Hamburg wird ab dem 11.11. vorbestellbar sein. Was uns besonders freut ist, dass die Berlin bereits spätestens am 8. November weltweit verfügbar sein wird. Und als kleinen Einblick, bei mir ist sie jetzt schon verfügbar. So wird sie aussehen in unserem klassischen Cognac braun und schwarz. Die London wird Ende November auf Lager sein und die Hamburg spätestens am 11. Dezember. Wenn wir es schaffen doch schneller zu sein, findet ihr alle aktuellen Infos auf unserer Website kawaii.de oder direkt auf Amazon. Bevor ich es ganz vergesse, unsere iPad Mini Taschen Berlin und London sind bereits jetzt schon weltweit auf Lager und passen ganz hervorragend natürlich für das neue iPad Mini 3, fürs 2er und fürs 1er, da Apple ja nichts Gravierendes verändert hat. Vielen Dank fürs Zuschauen. Im nächsten Teil der Kawaii Stories zum iPad Air 2 Launch werde ich auf unseren Klassiker, die Kawaii Berlin, im Detail eingehen. Bis dahin. Ciao. ... ... ... Vielen Dank.